Günter Segel, ich habe ein Restaurant in New York, das heißt Günter Segel New York und das ist seit zwei Jahren auf. Das war natürlich eine riesen Überraschung. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass ich die Freundschaft mit Eckhard und Otto Geisel, natürlich das darf dann nicht mit ins Spiel reinkommen, aber ich glaube, dass andere Leute das irgendwo gemordet haben und ich bin sehr geehrt. Da müssen wir uns darüber unterhalten und überlegen, um das wirklich anzulegen, was da ist sehr viel Arbeit zu tun, da ist unheimlich viel nachdenken, um das wirklich in die richtigen Kanäle zu bringen. Ich glaube, es ist ein wirklich tolles Award. Die Teilnehmer, wie man es sieht, das ist alles wirklich großartig. Tolle Leute mit Tradition, mit Qualität über Jahre hinweg. Das ist wirklich toll für mich, dabei zu sein. Der Markt ist enorm wichtig für die Gesellschaft. Es geht ja darüber hinaus, dass der Markt gesunde Produkte anbietet. Es geht auch darum, dass Leute da hinkommen und sich treffen und über das Thema gesunde Ernährung reden. Unsere Kinder. Die Frage ist, was sind unsere Kinder und wo ist die Zukunft, was unsere Kinder essen. Das ist ein Riesenthema. Es wird sehr viel reden, nachdenken und Diskussionen usw. Das muss da sein. Das ist ein Riesenthema. Es wird sehr gut. Das ist ein Riesenthema. Es geht. Vielen Dank.